Und schon wieder ein Castingtag. Ich hoffe, dass es heute bessere Kandidaten gibt als gestern. Der Rapper von gestern war TRASH! Sollte heute allgemein wieder ein Rapper dabei sein, dann kann der gleich zu Hause bleiben. Die können auf Instagram rumnuscheln, aber nicht hier auf der Bühne. Wow, der war gut. Peter ist so kontrovers. Also, womit willst du uns plagen? Ich will nur, ich langweil. Hey, Jaco. Ich dachte, jeder muss unique sein. Das hatten wir doch schon mit den anderen. Mann, du bist immer nur am meckern. Wir haben seinen Talent noch gar nicht mal gesehen. Warum machst du alles so kompliziert? Sag schon! Ich hinterfrage langsam die Juryposition, zu der du gezwungen wurdest. Na, ich mein, mir ist das egal. Hauptsache, ich werde bezahlt. By the way, da ich schon am Wenden bin, ich hätte fast dein Cousin gegessen letztens. Ach ja, und ich habe den neuen Spider-Man-Film ohne dich angeschaut. Ah! Ich wusste nicht, ob du mitgehen würdest. Was? Es ist so, als ob wir uns nicht mehr kennen würden, Jaco. Du kennst mich doch. Bungaroo. Oh, ähm, ja. Langweiliger Typ. Fang an. Ich bin doch schon dabei. Wir verlangen ein bisschen mehr. Drei Stunden später. Hey, ähm, der Chef sagt, wir müssen ihn weiterlassen. Was? Unfallgeräusche einfügen. Da ist ja was passiert. Wow, was für ein Stunt. Da ist ja Tony Hawk. Der hieß doch Tony Hawk, ne? Da ist ja Tony Hawk. Nix dagegen. Du bist weiter. Da ist ja Journey. 報 breweriesische Klose信. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.